Musik Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rocket League mit dem Kressguy Hallo Ja Wieder eine schöne Runde aufnehmen Vom Sackkriegen Klick vor? Klick vor? Nicht! Doch! Ja, ich hab mich erst auf dein Nicht verlassen Verlass ich nie auf mich Doch Oioioi 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 Ja ja Na nicht so geil, der flieg jetzt zu uns als Vordage Vordage Geht schon gut los Ja Ja, ADHS Nein Ja, du vielleicht Du fährst, gell? Nein, ich bleib stehen Alles klar Kein Ding Kein Ding Wo bist du denn überhaupt? Nein, der meinte sorry Nee Gut gesaved Ich war berührt, aber gut gesaved Muss was schon mal lassen Kannst du mal was machen? Ja, mach ich doch Pfff Du bist so eine Pissnecke Hahahaha Awesome Perfekt Hahahaha Warte, ein Nitro Ey, den musst du Hab ich sogar Rückes Mach den, mach den, mach den, mach den, mach den Nichts Stoßen BIC Uuuuools Digge Hah Kein Ding Mach ich immer so Mach ich immer so Uuuuuh easy easy get rekt so er wieder deren hälfte wir haben voll den lauf jetzt sagt das doch nicht für eine sekunde genau deswegen sollst du es nicht sagen vollitsch ja bin ich er macht den noch in unsere hälfte ist nicht okay ja was machst du denn da was war guck 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 ich guckte jetzt nicht in nö ich drehe mich jetzt vom Bildschirm weg wenn es vorbei ist du laberst fick dich du musst es fahren Lass ihn Lass ihn Lass ihn ich ihn gelassen hätte wäre der weg na fahr doch Junge genau so wie der Pascal von vorhin ja wo bist du anwesend hopp Lutz den doch noch rein Junge ja ich muss erst mal den Balken in die Nähe von mir haben alles cool nein weil wir jetzt ein Eigentor kriegen ne WTF ah ist ok ne ist wieder perfekte Vortage ich fliege zur Rettung alles klar hast du auch getroffen perfekt du musst ihn mal direkt annehmen bevor der auf den Boden kommt komm der hat mich getroffen sonst bleibt er drin ah leck mich Vortage eh wo bist du anwesend gut ich komm nämlich nicht ran ah ok ist doch nicht mein fucking ernst doch doch deine perfekte Fritze ja wahrscheinlich oder ey du kleine Misset 1994 geboren und kein Anstand hier der Junge ja mein deren Hälfte wo soll das nicht ins Zoll gegangen ist es ist doch gut alles gut alles gut jetzt geht das nicht ich sagte der musste ich möchte nicht viel zu nett war ich ich bin einfach zu scheiße thank you very much ohne Quatsch so Profi und Veteranen das ist immer die E-Klasse-Kombo ach warte ist unsere ach so viel Spaß ja was du bist doch Veteran oder nicht ja noch oh man get pranked alter ja deswegen ist auch drin ja was soll ich machen du wirst geprankt ich werde geprankt Torfzeilen weh ich ich dachte du hättest sie geprankt nein der Liga weißt wie peinlich das einfach mal ist nein Spaß hehehe bleib doch beim Ball nein ich bleib nicht beim Tor ja aber wenn du den Ball direkt weg klatschst statt im Tor zu bleiben ja dann ist es halt kleine Huren Mutter was was wie franken die denn immer wie franken die denn immer wie franken die denn immer kratzgui mach den rein kratz ja man nice ja easy war ja geplant oder ja keine Ehre der Mongo wir müssen jetzt elf Sekunden lang kein Tor reinlassen ja also ich bleib jetzt im Tor clap your hands clap your hands run go und bam wahrscheinlich nach Spiel nach Playtime ja ich pranke ich fahre ins Tor kein boost perfekt da ist eh keiner da gerade bleib mal am Tor bleib mal am Tor naja alles cool noch oder so geht auch kein Thema nice ausgeprankt du auch vielen Dank für den Boost das ist jetzt Gott alles gut alles gut alles gut alles gut ist doch alles gut ich hab den doch eben weggeklatscht die haben mich halt fast ein Tor gemacht weißt du da kommt der Ball der Ball ist da recht ja ich bin hinten keiner ist da dran ne ja ich soll da ran fahren oder was Frank nein boah nice voll am koncentraten hier nein ich lege ja ich hab den schon weg oh fuck mach ich ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht mach 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 der flight oh fuck ey der ist in unser Tor geh in unser Tor ich hab kein boost gehabt egal scheiße der ohne boost wäre ich dann nicht dran gekommen der wäre ich erst in ein paar Tagen das war gewesen nice 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 weiter oh voller ja nein haben abgewehrt der Ball ist so direkt hinter dir fahren doch nicht weg wir müssen Druck machen am besten klar wir müssen immer ready zum zurückfahren sein zurückfahren sein Digga ja man ja boah weil du den weggeklatscht hast weil du den weggeklatscht hast warte wen hab ich denn da weggeklatscht den Typen der wäre sonst an den Ball gekommen alles klar achso wirklich ja 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 geil nice nice boah was für eine Chance direkt nächste Runde ne ja dann sind wir auch wieder back am Start ja neue Runde neues Glück ein Minuten Ding alter ein Minuten Ding alles da ein Sekunde ach ich fresse ja nice easy du bist wieder dran mitfahren versuch den direkt in den Tor zu machen wenn du siehst dass keiner dran fährt ja aus dem Mikkel treffe ich eigentlich immer wenn dann gar keiner wäre putz alter Lass mich ey das hat voll geleckt man der kommt als ob die den machen echt ich fliege erstmal ey voll am lecken was ist das Woppern lecky style äh 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 nein jaa wie der sich schon mal freut schön oh wir haben äh problem Digga starte du machst ihn hoh gut mit dein Ernst alter macht doch nicht so krass sorry bist du bist du du musst auch den du musst auch manchmal früher dahin gehen nicht erst am Tor abfangen weil manchmal ist es am Tor schon zu spät ja es wird meine lehre sein ja es wird meine lehre sein ups prank sorry krass klar schreck bist du da ups ne 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 ich bin nicht da ich bin nicht da scheiße Ey, nein, 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 Ball, Ball, Ball Tor, 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 Tor So Bälle musst du riechen Ja Alles klar Mach den hinter dir Ey, du fährst immer 2 cm vom Ball weg Jedes Mal Mann, du kennst einfach rückwärts fahren Und da hättest du ihn reingemacht Nö, fährst weg Du kennst meine Ballcamp Skills, ne? Du hast keine Genau deswegen Ach, du Mist Bitch, Alter Was fällt dir ein, hä? Bleib hier vorne, Mann Ich bin noch Mitte Gut Ich hab nämlich keinen Boost Perfekt Jetzt werd ich's auch gemacht Oh, fuck Goddamn Mann Ey, Mann, diese Boost-Spränge Mann, scheiß Handy, leck nicht Und du machst ihn rein, alles klar Ja, besser ich als keiner Bin ich, ja Oh, also wir beide Egal Ich bin voll zufriedig gefahren Boom, Alter Loy, ich treff den auch noch Ich fliege einfach mal so, denk ich Ja, okay Ja, super Mach den, mach den, mach den, mach den Ja, getroffen Ja, getroffen Meine Fallage Ich warte noch Kommst du? Alles cool Alles cool Ja, nur eine Minute Ist er geflayed? Ja, war ja klar, dass ich nicht Hab ich wieder flayed So, Leute, schau mal was gehauen Wir müssen Ja Wir dürfen, oh mein Gott Der warb mich schon glad Exploden hier Digga, warum hast du ihn geprankt? Wieso hast du mich geprankt? Hä, wieso? Deswegen Was? Nein Bruder, komm Mach 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 Wie soll ich Der ist doch nicht mal Meine Fress, ich hab keine Ahnung Ich auch nicht Und davon fiel Boah, ein nice Pranker Oh, fuck Was wird der Prank uns bringen, wenn wir verlieren? Weiß ich nicht Fuck mich nicht Oh mein Gott So, jetzt muss es zum Beispiel Fleisschuss machen Perfekt Ja Das ist hier nach vorne Oder auch nicht Ist okay Wir haben es geschafft Wir haben 2 zu 1 gewonnen Krass Na gut, das war's auch mit dieser Folge Rocket League Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Haut rein Ciao 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 Ciao